Lange Schlangen waren am Dienstag vor den Wahllokalen im US-Bundesstaat Wisconsin zu sehen. Trotz der Corona-Pandemie muss wie geplant die Vorwahl zur Ermittlung des Präsidentschaftskandidaten der Demokraten abgehalten werden. Das oberste Gericht von Wisconsin entschied am Montag, dass Gouverneur Tony Evers die Abstimmung nicht verschieben dürfe. Der Demokrat hatte unter Verweis auf das Gesundheitsrisiko für die Wähler kurzfristig eine Verlegung auf den 9. Juni angeordnet. Dagegen reichten die Republikaner Klage ein. Mehr als die Hälfte der Gemeinden von Wisconsin meldeten einen Mangel an Wahlhelfern. Dutzende Wahllokale blieben geschlossen. Viele kritisierten, dass sie sich gezwungen fühlten, zwischen ihrer Sicherheit und ihrem Wahlrecht entscheiden zu müssen. Vielerorts gibt es keine Schutzmasken mehr. Neben der Vorwahl finden auch Wahlen auf Bundesstaats- und Kommunalebene statt. Zahlreiche andere Bundesstaaten haben wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Vorwahlen verschoben.